Die Arbeit ist nichts für eine Frau. Bitte überlasse sie das ein paar kräftigen Männern. Frauen im Handwerk? Siehle, oder? Frauen erzählen mir, was das Tolle am Handwerk ist? Verkehrte Welt. Wenn das meine Chefin wäre, ich wüsste nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Sind Männer meistens effektiver? So ist es nun mal. Ich habe mal aus Versehen in deinen Ausschnitt geguckt. Kannst du mal bitte mein Rohr auswechseln? Mich würde interessieren, was sie hat und was sie kann. Besonders in der Pause und nach Feierabend. Männern. Kräftigen Männern. Was du da machst, tust du nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist kein Job, den du machen könntest. Der ist viel zu hart. Von wem hat sie denn ihr Können und Geschick gelernt? Kräftigen Männern. All ihr Wissen und Können hat sie durch das Wissen und Können von Männern. Sie hat das Dachdecken nicht neu erfunden. Solche Videos sind der beste Beweis Frauen im Handwerk nicht. Und das ist nicht zu normalisieren. Eine Frau? Dann muss ich ja für zwei Schlecken. In der Küche statt. Dann kochen kann sie auch noch. In deinen Ausschnitt gekochen. IKK Klassik. Ihre Gesundheit. Unser Handwerk.